Alleluia ZANG EN MUZIEK 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 Amen. 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 Welt und hielt den Nachthaken bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zu teilen werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Rinden geickelt, in einem Riff gelegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Seher, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgebrannes. Er ist der Christus, der Herr. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gloria Gloria singen mit den Engeln im Himmel und den Menschen auf Erden, wo der Friede so sehr entwehrt, ersehnt, weltweit vermisst und ihn ständig erfährt wird. Gloria singen mit allen, die guten Willens Tag für Tag, schlicht und treu, kleine Schritte gehen, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Gloria singen mit ganzer Kraft und aller Leidenschaft des Herzens, manchmal auch unbeholfen, um nicht zu vergessen, von wem der Friede kommt. Gloria singen mit allen guten Geistern im Himmel und auf Erden, die auch heute oft unscheinbar und unbemerkt am Werk sind, um Gott Ehre und Traum zu geben. Gott! Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 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 ZDF, 2020